Heute bei der Wachstum sowas Valentina Pade mit Jernot Hohecker gegen Cheyenne Pade mit Essen, das Winnungsdrehen. Danke schön meine Damen und Herren, herzlich willkommen einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge von Wer weiß denn sowas, man muss sich heute gut konzentrieren, dass man nicht durcheinander kommt, wenn man sich Zwillinge in die Sendung einlädt, dann muss man sich bestimmte Merkmale fest einprägen, um sie nicht zu verwechseln. Herzlich willkommen Bernhard und Elton. Nein, ich rede natürlich von Valentina Pade und ihrer Schwester Cheyenne Pade. Man kann das hier sehr gut runterbrechen, Valentina weiß, in dieser Sendung gibt es gute Zeiten, schlechte Zeiten, es kommt immer darauf an, auf welcher Seite man sitzt und alles was zählt, ist nur der Erfolg. Und der Spaß natürlich auch. Ich habe gleich was Spannendes für Sie zum Anfang. Wussten Sie eigentlich, dass sich in den gesamten Weltmeeren circa 20 Millionen Tonnen Gold befinden? Ich muss weg. Es lohnt sich. Ja, das ist unglaublich, das ist eine Wahnsinnszahl. Und jetzt schauen wir mal, wie sich das Publikum heute verteilt hat. Wer von euch beiden ist eigentlich die Ältere? Ich bin tatsächlich eine Minute älter und das merkt man tagtäglich. Wird das auch heute Abend hier eine große Rolle spielen? Das Publikum hat sich folgendermaßen verteilt. Hinter Bernhard und Valentina sitzen 62 Zuschauer. Und hinter Elton und Cheyenne sitzen 63 Zuschauer. Das weißt du vielleicht nicht, Cheyenne, aber das ist dem Elton gar nicht recht. Das heißt, ihr müsst jetzt gleich anfangen. Auch die erste Kategorie dürft ihr dann gleich auswählen. Aber erst mal schauen wir, welche zwölf Kategorien heute in der Sendung dabei sind. Hier ist unsere Wand. Zwölf Kategorien heute sind Neuheit. Was passiert, wenn? Tierisch, tierisch. Unser Körper. Das große Krabbeln. Genies, Essen und Trinken. Was bin ich? Damals? Das Fragezeichen. Afrika. Und Trick 17. Applaus Ich weiß, dass du beteilig bist. 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 Ja, dann lass ich doch. Meint, dass ich ja Essen und Trinken nehmen, da kann glaube ich nicht viel passieren. Ich glaube auch, da bist du mit mir ganz gut dabei. Essen und Trinken. Vielleicht keine schlechte Wahl. Auch heute gibt jede richtige Antwort 500 Euro. Beide Teams haben einen Publikums-Joker. Hier ist die erste Frage. Grünkern ist A. Unreif geernteter Dinkel. B. Aufgeblähter Roggen. Oder C. Auf Lehm angebaute Hirse. Ich hab das schon mal gehört. Ich hab das auch schon mal gehört, aber nicht, ob das jetzt Dinkel, Roggen oder Hirse ist. Das ist das Problem. Also auf Lehm angebaute Hirse. Auf Lehm angebaut. Also das halte ich für zu speziell. Ich bin ein bisschen für aufgeblähter Roggen. Roggen. Warum sollte man Dinkel unreif ernten? Unreif geernteter Dinkel kann ich mir nicht vorstellen. Nur wegen Unreif und Grün. Auf Lehm angebaute Hirse. Ich bin... Ich würde Publikum noch nicht nehmen, obwohl ich... Ich bin für aufgeblähter Roggen. Aber warte mal, wie groß ist Roggen? Wenn der aufgebläht ist. So. Der ist halt nur dicker. Wir sind noch am Anfang. Wir vertrauen noch ein bisschen auf uns selber. Mit dem B. Ja. Aufgeblähter Roggen, sagt ihr, verbirgt sich hinter Grünkern. In Deutschland wird Grünkern heute vor allem in Nordbaden kultiviert. Er ist vielseitig einsetzbar und zeichnet sich durch einen hohen Vitamin-B-Gehalt aus. Tatsächlich ist Grünkern nichts anderes als unreif geernteter, künstlich getrockneter Dinkel. Dieser ist im Sommer noch grün, sodass sich der Name Grünkern durchsetzte. Ja, das bringt das System dieser Sendung mit sich. Das einen Leid des anderen folgt. Ja, wobei noch könnt ihr euch nichts dafür kaufen. Ja, aber schlechte Zeiten bei euch da drüben. Ganz im Ernst. Erstmal müsst ihr es besser machen. Ja, wir würden gerne Trick 17 nehmen. Das ist im Zweifel eine Alltagsfrage. Was kann dabei helfen, Bohrlöcher für einen Gegenstand exakt zu bohren? A Fahrradschlauch, B Fotokopierer oder C Föhn? Ja, das ist die richtige Frage für mich. Naja, aber wie bist du denn so handwerklich begabt? Ich bin erst noch dabei, die Frage zu verstehen. Ach so. Naja, ein Föhn. Ja, aber was heißt denn überhaupt Bohrlöcher für einen Gegenstand exakt zu bohren? Für welchen Gegenstand? Also ich will Bohrlöcher für, also verstehst du, was ich meine? Bohrlöcher für einen Gegenstand? Also welchen Gegenstand, wo rein bohren? Also geht es um einfach nur Löcher in die Wand oder was hin zu hängen oder geht es darum, Löcher in ein Brett zu bohren, damit man die entsprechenden Nupsis da reinstecken kann, damit die sich gegenseitig verkeilen? Ich glaube das Erste, also Löcher in die Wand zu bohren, um etwas daran zu befestigen. Hm? Ja, 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 ja. Aber Fahrradschlauch glaube ich nicht. Es wäre halt einfach so ein Gummischlauch und wie soll man mit einem Gummischlauch exakt bohren? Mit einem Fotokopierer, wir müssen das machen. Wenn du das auf den Kopierer legst und kopierst vorher. Dann wäre es exakt. Renau. Renau? Genau. Und dann hältst du den Zettel an die Wand und bohrst einfach durch den Zettel durch. Also es gibt Bohrvorlagen aus Papier. Das ist nicht schlecht. Für bestimmte Gegenstände. Weil mit dem Föhn kenne ich mich jetzt wieder aus Du eher nicht so. Ähm. Und da kann ich mir nicht vorstellen wie das funktionieren sollte. Soll ich mir nicht. Weil ihr seid ein Team sein, ja? Sind wir auch. Sind wir auch. Ja. Wir gehen gerade nur alle Möglichkeiten durch. Und die persönlichen Spitzen sind Zufall. Und ihr ergänzt euch schon, wenn ihr was sagt. Also ich würde auch sagen, der Fotokopierer, da vertraue ich dir. Ja. Man legt die Wand auf den Kopierer. Ein Kopiertelöcher hinein. Hast du eine Bohrmaschine, Bernhard? Ja klar. Ich habe eine Bohrmaschine. Ich habe einen Akkuschrauber und das sind verschiedene Größen. Außerdem habe ich einen Ratschenkasten mit einer 32er Nuss. Ist das geil? Wow. Ich habe einen Föhn. Also was nehmen wir? Wir nehmen B-Fotokopierer. Wir nehmen B-Fotokopierer. Hm. Das ist ja spannend. Fotokopierer. Gegenstände, die mit mehreren Schrauben an der Wand befestigt werden, wie zum Beispiel eine Lampe, stellen den Heimwerker vor ein Problem. Wie können die exakten Positionen getroffen und der Gegenstand gerade aufgehängt werden? Hier hilft ein simpler Trick. Den Gegenstand mit der Rückseite auf einen Fotokopierer legen. Anschließend die Kopie gerade an der Wand befestigen und die Löcher an den richtigen Stellen durch das Papier bohren. Die Dübel einsetzen und die Schrauben hineindrehen. Jetzt sind sie garantiert an der richtigen Position. Alleine für solche Hinweise gucke ich mir jede Sendung nochmal im Nachhinein im Internet an. Ja. Ich spiele ja auch immer auf der App mit zu Hause und so. Also ich bin voll dabei. So wie Sie jetzt gerade. Ja. Die ersten 500 Euro übrigens. Was bin ich? Das ist ein Begriff. Was ist eigentlich? Was ist eigentlich? Was ist eigentlich? Völlig egal. Also mach dir da irgendwas. Du kannst auch schon überlegen, worauf du Bock hast. Ja. Was bin ich? Was bin ich? Nehmen wir. Es geht um eine Begrifflichkeit. Was zeichnet Mühls aus? Ich kenn nur Mühl. 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 Freiliegende Ferse. B. Schuppige Haut. Oder C. Blätterteig und Essiggurken. Mühl. Richtig appetitliche Frage. Was zeichnet Mühl aus? Moskau Mühl. Moskau Mühl. Aber freiliegende Ferse. Gibt es Schuhe, wenn die hinten frei ist, die Ferse? Heißen die irgendwie Mühl? So wie Pieptow Formen? Gibt es vielleicht sowas für hinten? Heißen die Mühl? Dann müsstest du vielleicht, also ich trage sowas eher nicht. Auch nicht. Ich trage eher Pieptows. Aber hast du das schon mal gehört? Theoretisch? Nein, habe ich noch nie. Okay. Wo kommt das her? Schuppige Haut, Blätterteig und Essiggurke. Ich würde schuppige Haut ausschließen. Und warum? Das weiß ich nicht. Und was ist mit Blätterteig und Essiggurken? Ja, Blätterteig und Essiggurken. Du hast da vielleicht irgendeine Spezialität tatsächlich aus irgendeinem Land? Ja. Also wie Hotdog? Stopp mal! Ich glaube... Stopp, stopp, stopp! Soll mir die ganze Sendung anhalten oder nur kurz das Gespräch? Ohne Witz, ich habe das gerade zum Spaß gesagt. Aber Moskau Mule ist mein Lieblingsgetränk. Mule. Essiggurke. Und? Es sind Blätterteig und Essiggurken. Weil Gurken sind Gurken. Und Essiggurken sind auch Gurken wie normale Gurken, die im Moskau Mule drin sind. Ach so! Und in einem Moskau Mule ist immer eine Gurke. Ja, du hast recht. Da sind Gurken drin. Das sind aber, glaube ich, Salatgurken. Und was ist der Blätterteig davon? Das ist doch egal. Da steht Gurke. Bist du dir jetzt... Ey, ich habe so ein Gefühl. Hast du ein Gefühl? Okay. Ja, schuppige Haut. Nee. Okay, pass auf. Ist okay. Ich weiß es nicht wirklich. Ich hätte auf A getippt. Aber wenn du jetzt sagst, hey, Gurke ist Gurke. Und vielleicht ist es ja tatsächlich auch... Was hat das damit zu tun? Vor allem ist es eine Mehrzahl, glaube ich. Und das sind Blätterteig und Essiggurken. Und eine freiliegende Ferse ist eine Einzahl. Weißt du? Einzahl? Ja, wir nehmen C. Ja, wir hoffen, dass es das gibt. Ja, warum nicht? Das habe ich den Eltern noch nie erlebt. Was? Wie? Was denn jetzt schon wieder? Was habe ich jetzt wieder falsch gemacht? Du bist ja Wachs in Chayenten. Kein Widerstand mehr, kein bisschen. Die Bezeichnung Mühl stammt aus dem Französischen und bedeutet so viel wie Hausschuhe. Ähnlich wie bei seinem Namensgeber kann man schnell und bequem hineinschlüpfen. Mühls können sowohl flach sein als auch hohe Absätze haben. Eins haben sie aber gemeinsam. Die Ferse bleibt bei diesen Sommerschuhen stets frei. Naja, gut. Ja, man kann nicht alle Vokabeln. Es tut mir so leid. Es bleibt erstmal bei 0 Euro. Aber es kommt ja noch eine ganze Menge Fragen. Tut mir so leid, wir würden unser Körper nehmen. Wir nehmen unseren Körper. Wir nehmen unseren Körper. Eure beiden Körper sind eine spannende Mischung. Was hilft laut Forschern der University of Michigan wirksam gegen Kopfschmerzen? Moskau Mule. A, 20 Kirschen, B, 5 Weingummis oder C, 2 Kugeln Pistazieneis? Also zwei Kugeln Pistazieneis hört sich gut an. Weil man kennt das ja, wenn man das Eis so schnell ist, kriegt man Hirnfrost und es könnte eventuell den Kopfschmerz einfrieren. Fünf Weingummis. Ich mag das mit dem, dass die Zahlen so konkret sind. Verdammt, ich habe 21 genommen von diesen Kirschen. Jetzt kommt es wieder. Überdosis, Überdosis. Überdosis. Fünf Weingummis. Das kommt natürlich darauf an, wie stark der Kopfschmerz ist, ob man davon weinen muss. Verstehst du? Weinen, einmal als Wein und dann weinen. Ich habe schon verstanden. Ja. Aber ich meine, in der Kirsche steckt Säure. Das ist 20 Kirschen, gut gegen Kopfschmerzen. Es kann natürlich sein, dass da was drin ist. Also, wie kann Kopfschmerz entstehen? Kopfschmerz kann ja entstehen, zum Beispiel durch einen Überdruck im Gehirn, wenn da zu viel Blut reinkommt. Ja. Wenn du jetzt zwei Kugeln Pistazieneis isst, dann kühlst du damit deinen Rachenraum und damit die Blutzufuhr ins Gehirn und senkst damit den Blutdruck ab. Und das könnte helfen, Kopfschmerzen wirksam zu bekämpfen. Ja, dann. Sollen wir es riskieren? Wir liegen jetzt auch gerade vorne. Das heißt, wir haben so eine kleine Reserve. Und nicht so viel Druck wie ihr. Nicht so viel. Was heißt, ihr nehmt? Wir nehmen C. Wir nehmen C. Wir nehmen C. Ja. Macht Intelligenz Männer attraktiv? Auf jeden Fall. Da geht noch was heute abends. Nein. Forscher der Michigan State University konnten bei einem alltäglichen Lebensmittel eine besondere Wirkung feststellen. Antozyane helfen gegen Kopfschmerzen, färben aber eigentlich Blüten und Früchte violett, blau oder rot. Kirschen sind besonders reich an Antozyanen. Je dunkler sie sind, desto mehr vom Wirkstoff enthalten sie. Laut den Forschern wirken 20 Stück so gut wie eine klassische Kopfschmerztablette. Auf jeden Fall werden wir hier was. Ja. Ja. Ist gut. Einer wusste es. Zwei. Zwei sogar. Ja. 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 Okay. Also ihr habt ja schon 500 Euro. Ja. Also das heißt, ihr könnt im Finale schon mitspielen. Ja. Fragezeichen. Das Fragezeichen. Die Überraschungskategorie. Der Name Maria ist in Deutschland a als Hundenname verboten, b der häufigste von Standesämtern eingetragene Vorname seit 1950 oder c der einzige Mädchenname, den auch Jungen tragen dürfen. Also, ich weiß und ich kenne einen Mann, der Maria heißt. Christoph Maria Herbst. Zum Beispiel. Aber auch als Vornamen. Ja. Also Hundenname verboten schließe ich aus. Das kann ich auch nicht. Warum sollte Maria als Hundenname verboten sein? Vor allen Dingen, wer kontrolliert das? Läuft einer rum. Wie heißt denn die Hund? Maria. Ja, sorry. Verboten. Müssen wir mitnehmen. Tut mir leid. Komm in den Hundeknast. Das halte ich für komisch. Vor allem früher. Der häufigste von Standesämtern eingetragen. Das heißt, seit 1950 ist Maria der häufigste Vorname für... Ja. Das war schon. Hm. Ich weiß nicht warum, aber ich bin für c. Allein wegen Christoph Maria Herbst. Ich bin für b. Aber jetzt hast du ein gut. Du bist für b. Ja. Weil ich kann mir das wirklich... 1950, ich kenne viele ältere, also Frauen, die älter sind als ich, die Maria heißen. Und so... Das passt doch einfach von 1950 her. Ich kann mir nicht vorstellen... Was sagst du c? Mhm. Dass das verboten ist? Entschalt du dich. Aber wir können ja auch das Publikum noch nehmen. Vielleicht hat das irgendeiner schon mal gehört. Vielleicht sitzen da... Wie viele Marias sitzen da? Man weiß es nicht. Also sagen wir so, b ist logisch, aber ist für mich total langweilig. Entschalt dich Alten. Aufregung. Der einzige Mädchen den noch jung tragen dürfen. Maria. Maria. Richtig spannend bei euch. Ja. Es macht Spaß Leuten am Deckel zu gucken. Wir nehmen c. Aber der Elten musste jetzt mal ein bisschen Testosteron rauspumpen. Ja. Rainer Maria Rilke, Christoph Maria Herbst. Der Name Maria ist bei Männern nicht unüblich und ist oft Ausdruck tiefer Religiösität der Eltern. Allerdings ist die Nutzung des Namens für Männer der Bedingung unterworfen, dass ein oder mehrere männliche Vornamen vorangestellt werden. Außerdem ist Maria der einzige eindeutig weibliche Vorname, der bei uns auch für Männer zulässig ist. So, damit habt ihr die ersten 500 Euro. Jetzt weiß der Elten auch, dass es sich lohnt, richtige Antworten zu geben. So, wie geht's denn weiter mit euch? Was wollten wir? Wir hatten uns noch nicht entschieden. Du darfst ja was aussuchen. Sonst nehme ich damals. Wir nehmen damals. Das ist Geschichte. Okay. Du wolltest doch damals? Warum wurde in London im Sommer 1858 ein Umzug des Parlaments erwogen? A. Der Mietvertrag des Houses of Parliament lief aus. B. In der Stadt herrschte ein unerträglicher Gestank. Oder C. Ein Kutschenfahrerstreik hielt die Abgeordneten von der Arbeit ab. Das ist eigentlich eine Frage, die ich sonst immer kriege. Ja, ja. Das ist alles möglich. Also, der Mietvertrag des Houses of Parliament. Das wäre natürlich sehr lustig, wenn das wirklich gemietet wird und das nicht Eigentum ist. Nee, niemals. Okay. Das mit dem Gestank zu der Zeit kann ich mir zum Beispiel vorstellen. Total gut vorstellen. Die haben alles vor die Tür geschüttet, die Pferde haben da hin gemacht, dann fuhren wegen mir noch die ersten Verbrenner da mit Dampf rum und sowas. Und da sind ja auch damals Seuchen und Krankheiten aufgrund des Gestanks und der Bakterien entstanden, dass die Abgeordneten einfach Angst hatten, krank zu werden. Das ist auf jeden Fall zutreffend zu dieser Zeit. Ich glaube, um die Zeit wurde auch die Klospülung erfunden, deswegen. Weil das... Ja, weil das war ein Problem damals. Das meine ich, dass das ein Problem war, weil es halt so unerträglich stank. Dann hat in London einer gesagt, komm, statt aus dem Fenster in die Wand. Oder ein Kutschfahrerstreik hielt die Abgeordneten von der Arbeit ab. Das kann ja auch sein. Ich meine, das ist Industrialisierung und ersten Sozialbewegungen und dann Demonstrationen, ein Streik, Bums, zack, riesen Ärger. Aber halte ich noch für ein unwahrscheinlich. Ich habe keine Ahnung. Die Frage ist, ob wir hier das Publikum nehmen, weil das da vielleicht jemand weiß. Oder ob wir das wirklich für so einen... Also für eine dieser genialen Fragen halten, wo wirklich alles möglich sein kann. Oder ob wir hier raten. Wir haben keine Ahnung, wir müssen raten. Sollen wir die Leute nehmen? Soll das vielleicht weiß es jemand? Und wenn es keiner weiß, können die sich ja unserer Meinung anschließen. Ja, dann nehmen wir das Publikum. Wir nehmen das Publikum. Okay, ihr sichert ab. Und hoffen, dass das einer vielleicht gesehen oder gelesen hat. Zum Beispiel die, die sich mit den Kirschen so gut auskennen. Naja, das ist sehr speziell. Läuft richtig gut bei uns. So. Guck mal. Oh. Ja. Hallo. Wie heißt's? Ich bin Marcel. Marcel, woher kommst du? Aus Minden. Was ist denn deine Tendenz? Ja, also meine Tendenz wäre auch direkt zu B gegangen. Weil, das andere kann ich mir irgendwie nicht so vorstellen, dass irgendwie Miete gezahlt werden muss. Da für diese Häuser. Also ich geh auch mit dem Team Bernhard und sag B. Du gehst mit Team Bernhard durch dick und dünn, egal wie's heute läuft. Ja, genau. Bis zum Ende der Sendung sitzt du ja auf dieser Seite. Also wir werfen einen Blick nach London ins 19. Jahrhundert. Der Sommer 1858 war für die Bewohner Londons nahezu unerträglich. Die jahrelange Einleitung riesiger Mengen von Abwasser in die Themse und das ungewöhnlich heiße Wecker führten zu einer enormen Geruchsbelästigung. Der als The Great Stink, der große Gestank in die Geschichte eingegangene Vorfall, führte sogar zu der Erwägung des Parlaments flussaufwärts zu tagen. Letztlich hatte die Geruchskatastrophe doch einen positiven Effekt. Ein modernes Abwassersystem wurde gebaut. Paul aus München drückt uns zur richtigen Antwort. Und damit steht ihr bei 1000 Euro. Wie geht's bei euch weiter? Ja, das ist jetzt bald nicht mehr so viel. Was? Genießen wir ja noch nicht gerade hier, was wir hier geleistet haben. Ich würde mich trotzdem jetzt mal an, was passiert wenn, auch wenn du meinst mit Physik eher nicht so. Aber wir haben ja auch noch das Publikum und das sind alles Physiker und... Mathematiker. Ja, was lachen die da drüben? Habt ihr gemerkt, dass die da drüben gerade über euch gelacht haben? Was passiert wenn? Ja, das war eh das erste was wir nehmen wollten. So. Was ich nehme. Was passiert wenn für Eiswürfel gekochtes Wasser verwendet wird? A, sie schmelzen langsamer, B, sie werden klarer oder C, sie kühlen das Getränk gleichmäßiger. Ich glaube, dass ich das auch schon irgendwo mal gehört habe oder gelesen habe, wenn man für Eiswürfel gekochtes Wasser nimmt, dass sie dann klar sind. Warum genau weiß ich nicht, aber ich glaube, dass ich das irgendwo schon mal gesehen habe. Ich würde B sagen und du? Ja, B. Wir nehmen B. Das war ja mal eine schnelle, einhellige Entscheidung. Wir sind jetzt eingespielt. Schön, dass ihr reinigt seid. Die Verwendung von vorher gekochtem Wasser hat bei Eiswürfeln einen willkommenen Effekt. Das Kochen entfernt die Luftblasen aus dem Wasser, sodass sich die Wassermoleküle beim Gefrieren noch enger miteinander verbinden können. So werden weniger Luftblasen eingeschlossen und beim Gefriervorgang werden die Eiswürfel schön klar. Okay. Richtig. 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 Hier steht auch bei Tausend. Ich hab keine Ahnung. Lass uns. Afrika. Ich soll sagen. Du hast gesagt, ich soll sagen. Ich hab gesagt. Afrika. Das machen wir immer so. Ich suche die Kategorie aus und du antwortest jetzt. Was widerfuhr 1973 dem weltberühmten Baum der Tenerée in der Wüste Nigers? A. Er erhielt den Friedensnobelpreis. B. Für seinen Erhalt wurde ein Gewächshaus errichtet. C. Ein Lkw fuhr ihn um. Also das weiß ich. Lkw. Ja, also ich weiß es tatsächlich. Das ist C. Was da passiert? Gibt's da eine Geschichte? Da ist ein Lkw in den Baum gefahren. Der einzige Baum in der Wüste. Ja, also. Ich mein, man muss sich jetzt mal. Werner guckst du wieder nach vorne? Klar werden, dass in Afrika in der Wüste, da sind natürlich nicht so viele Bäume und das ist der einzige Baum in der Wüste. Und der Lkw-Fahrer hat so ein Fail gemacht, das ist einfach gegen den einzigen Baum in der Wüste gefahren. Was sollen wir einloggen? C. Schauen wir nach Afrika, 1973. Die Tenerée ist eine Sandwüste in der südlichen Sahara. Inmitten dieser kargen Region stand der berühmte Baum der Tenerée. Eine völlig isolierte Schirmakazie, der einzige Baum in einem Umkreis von 400 Kilometern. Damit war sie ein wichtiger Orientierungspunkt für Karawanen. 1973 wurden nur noch Überreste des Baumes entdeckt, denn er war von einem Lkw-Fahrer umgefahren worden. Heute steht an dem Punkt ein Ersatzbaum aus Metallohren. 1.500 Euro bei euch. Tierisch, tierisch. Wilde Flughunde sind in der Lage bei der Nahrungssuche A. Erdlöcher zu graben, B. Menschliche Laute nachzuahmen oder C. Im Wasser zu schwimmen. Was ist denn ein Flughund? Fledermäuse. Große Fledermäuse. Ich habe mal, glaube ich, gesehen, dass die Erdlöcher graben. Ich bin mir nicht ganz sicher. Das ist das Einzige, was ich gerade ausschließen wollte. Und warum? Nicht, weil die das nicht können, aber um Nahrungssuche Erdlöcher zu graben. Wenn die nach Nahrung einfach so graben, aber Erdlöcher, das heißt, die buddeln sich ein Riesenloch. Und was sollen sie da für Nahrung suchen? Die Frage ist doch erstmal, was sie essen. Ja, das weiß ich leider auch nicht hundertprozentig, ob die tatsächlich Insekten oder Früchte essen, das weiß ich nicht. Oder sind die nicht sogar Vegetarier? Aber Erdlöcher zu, also Erdlöcher graben, das ist mir zu wahr. Aber die können so kleine Löchlein graben? Ja, aber das ist ein kleines Loch, das ist kein Erdloch. Ein kleines Erdloch? Also dann, wenn die wirklich nur ein kleines Löchlein meinen, dann ist aber... Ein Loch in der Erde, ist ein Loch in der Erde. Jedenfalls. Das glaube ich nicht. Ich kann mir vorstellen, weil die sind auch, also ich habe die Flughunde zum Beispiel auf den Malediven gesehen. Das kann natürlich sein, dass die schwimmen und sich da irgendwas Nahrungsmäßiges suchen. Die machen aber auch tatsächlich, im Gegensatz zu Fledermäuse, die ja Ultraschalltöne ausstrahlen, machen die auch komische Laute. Ja, das stimmt, die piepsen so komisch. Ich frage mich, sind das menschliche Laute? Es gibt bestimmt einige Frauen oder Männer, die piepsige Stimmen haben. Und was bringt das bei der Nahrungssuche, wenn die sagen, Hunger? Vielleicht ja, nein, vielleicht locken sie damit irgendwelche, ja, ihre Nahrung an. Ich weiß noch nicht, was sie essen, aber das, was sie essen... Menschen. Ich weiß es nicht. Wollen wir das Publikum fangen? Doch, lass uns das Publikum nehmen, weil wir wissen es nicht. Ich bin für C, du bist für A und vielleicht ist es tatsächlich B, dass die irgendwie tatsächlich ein Babygeschrei nachmachen oder sowas. Da sind doch bestimmt viele Hundebesitzer dabei, vielleicht hat ja auch jemand einen Flughund. Come on, Leute! Hilfe! Hilfe! Hallo! Nein! Na ja, es kann sich auch einfach jemand einer Meinung anschließen. Es sind zwei Meinungen. Irgendwie, ja. Na ja, einer von beiden. Ich würde über B auch nur noch mal kurz nachdenken. Wie gesagt, ich halte alles für möglich. Instinktiv. Halt dich mal raus da. Hallo. Wie heißt du? Vanessa. Vanessa. Hat er gerade versucht, dich zurückzuhalten, dass du nicht aufstehst? Nee, er ist der andere Meinung. Ach so. Wir raten beide. Ach so, okay. Alles klar. Wo kommt ihr her? Etzebo. Okay, was denkst du denn? Also, ich würde mich auch A anschließen. Ich weiß auch nicht genau, was sie essen. Aber ich würde mal sagen, wenn die auch kleine Käfer oder sowas essen, dann, dass sie kleine Löcher graben. Dass sie besser aus der Erde rauskommen. Alles klar. Was hat dein Freund... Was hast du gesagt? Ich hab C gesagt. Nee, ist ja irgendwie auch klar. Ich meine, du schließt dich Cheyenne an und du schließt dich Elton an, ne? Aber leider hat sie jetzt ja die Entscheidung zu tragen gehabt, weil sie ist ja aufgestanden. Also insofern haben wir jetzt A eingeloggt. Geht ja nur eine Antwort. Obwohl Flughunde eher für ihre Flugkünste gefeiert werden, konnten Naturforscher beobachten, dass sie auch im Wasser keine schlechte Figur abgeben. Diese Aufnahmen aus den indischen Subtropen sind selten. Denn laut der US-amerikanischen Smithsonian Institution ist dies keine Alltäglichkeit, sondern eine Ausnahmesituation, in die das Fledertier gerät, beispielsweise wenn es beim Einsammeln von Nahrung ins Wasser gestürzt ist. Ja, dann muss es aber auch besonders blöd sein, oder? Ja, genau. Ja, genau. Elton hätte richtig gelegen. Hätte wenn nun aber. Elton sollte seine Taktik ändern und nicht mehr auf meine Schwester hören. Neuheit. Achso, du sagst. Ne, das ist okay. Solange wir dasselbe sagen, ist das kein Problem. Welches spezielle Produkt hat ein Farbhersteller jüngst entwickelt? A. Wandfarbe, die Kolibakterien bei Berührung unschädlich macht. B. Fassadenfarbe, die sich durch Mikroalgen selbst reinigt. C. Fliesenlackierung fürs Bad, die Wärme produziert. Das wäre auch super. Aber C ist ein bisschen zu Hightech, oder? C. Vor allem, dass die Lackierung Wärme produziert, finde ich halt komisch. Also, Wandfarbe, die Kolibakterien bei Berührung unschädlich macht. Da ist, glaube ich, die Idee, dass man gerade in öffentlichen Räumen oder in der Küche oder sowas, dass man da, wenn man die Wand berührt, dass die Wand auf diese Art und Weise sauber ist oder bleibt. Das kann natürlich sein. Ja, super. Tolles Hygieneding. Aber B ist natürlich auch top. Ja, das ist super. Eine Fassadenfarbe, die sich durch Mikroalgen selbst reinigt. Also, meine Reihenfolge ist BAC. Also B. B, oder? Okay, dann nehmen wir B. Wir nehmen, wir raten B. B. Neuheiten sind immer besonders spannend, weil sie im Zweifeljahr unser Leben verändern können. Eine ungewöhnliche Farbe wurde von einem US-amerikanischen Hersteller entwickelt und zur Marktreife gebracht. Eine Farbe, die 99,9 Prozent aller Bakterien, darunter auch Staphylokokken und Kolibakterien, abtöten kann. Berühren die Bakterien die mit der Farbe bestrichene Wand, werden die Krankheitserreger innerhalb von zwei Stunden getötet. Möglich wird dies durch ein bestimmtes Mikrobizid, das der Farbe beigemischt ist. Eine Lotterie. So, schau uns an, wie wir heute zu den Lösungen gekommen sind. Welche Lösung? Der Künstler Michelangelo hat in jungen Jahren A. Eine Kirche in Florenz mit Eigelb bemalt B. Einen Band mit Sizilianerwitzen veröffentlicht oder C. Einem Kardinal eine gefälschte Skulptur verkauft Also ich glaube B nicht Nee, B glaube ich auch nicht C. Könnte sein, dass er, als er Geld gebraucht hat, sein Talent gezeigt hat Und tatsächlich eine Skulptur verkauft hat einem Kardinal, der vielleicht auch nicht unwissend war Und das so gut war, dass er es nicht gemerkt hat Und dadurch ist das vielleicht alles entstanden mit seiner Kunst Und eine Kirche in Florenz mit Eigelb bemalen, warum? Oh Spaß! Ich bin aber auch irgendwie ein bisschen für C, weil Malen und Michelangelo ist mir... Aber ganz ehrlich, es könnte eigentlich auch A sein, weil... Ich war so froh, dass wir uns relativ wieder geeinigt haben Ich habe da so ein Gefühl... Ich denke gerade an meinen Kunstlehrer, der mir immer verrückte Geschichten erzählt hat Wie hieß der denn? Herr Klappenberger Wer war in der Schule? Ja, Herr Klappenberger Und es gibt wirklich... Ich habe schon so oft verrückte Geschichten gehört Über Künstler Und da könnte das mit dem Eye Gap eigentlich auch passen Dass sich vielleicht das Eye Gap durch die Sonneneinstrahlung oder sowas irgendwie die Farbe ein bisschen ändert Und das dann irgendwie mehr used ausschaut oder so Ich weiß es nicht Es könnte irgendwie auch A sein A oder C Aber eigentlich habe ich auch das Gefühl, dass es C ist Ja, so wie ich es dir gerade erklärt habe Ich weiß, ich weiß, ich weiß Es könnte aber auch irgendwie A sein Ich weiß, was du meinst Ich bin... Ich bin... Ich bin... Aber du warst auch ein bisschen für C, komm, wir nehmen C Ja, wir nehmen C Ich weiß doch nicht, was eine gefälschte Skulptur ist Da bin ich noch ein bisschen am Rätseln, aber... Du weißt nicht, was eine gefälschte Skulptur ist? Hä? Ja, also... Nicht original Ein nachgemachtes Original Ja Ja Gut erklärt Michelangelo wurde 1475 geboren und begann schon mit 13 Jahren seine künstlerische Ausbildung in Florenz Bevor er mit seinem David berühmt wurde, schuf er im jugendlichen Leichtsinn die Skulptur eines schlafenden Amors im vermeintlich antiken Stil Die Skulptur wurde laut Forschern der Universität Heidelberg zu einem hohen Preis an den angesehenen Kunstmedizin Kardinal Raffaele Riario verkauft Der kam jedoch später hinter den wahren Ursprung des Kunstwerks und forderte sein Geld zurück Die Fälschung Michelangelos ist bis heute verschollen Ausgleich Damit steht ihr auch bei 1500 Aber da ja ein Zuschauer mehr hinter euch sitzt und ihr heute die erste Kategorie gewählt habt bleibt euch jetzt die letzte Frage aus der Kategorie das große Krabbeln Warum haben Taranteln mehrere Augenpaare? A. Sie erfüllen unterschiedliche Aufgaben bei der Orientierung B. Sie ermöglichen einen 360 Grad Blickwinkel oder C. Sie halten stets ein Augenpaar als Reserve vor Schau mich nicht so an Mit deinen acht Augen Mit deinen acht Augen Also das müssen wir überlegen, ich habe keine Ahnung Also Was man hier halt ableiten könnte ist, dass zum Beispiel Schlangen haben ja auch zu sagen nicht nur eine Haut, sondern die häuten sich ja Es entsteht eine neue Haut nach, deshalb könnte es sein, dass Taranteln hier in diesem Fall ihr Augenpaar als Reserve tatsächlich haben Also falls sie verletzt werden oder so Also das heißt, die haben so acht oder vier Augenpaare und wenn dann eins kaputt geht, haben die immer noch drei Genau Und dann würde das Gehirn konzentriert sich dann auch Ich weiß jetzt, das hört sich lustig an, aber das könnte ich mir vorstellen Das würde ja auch Sinn machen Vielleicht ist es auch A, dass die verschiedenen Augen Also die eine sieht in die Ferne, die andere sieht in die Nähe Die, weil die ja keine Brille tragen kann Die, also könnte sie schon, aber es sieht doof aus Dann, dass vielleicht eine mehr so ultraviolettes Licht wahrnimmt, die andere mehr Farben, dann im Dunkeln Also das ist so, das hilft Ich könnte halt auch sein, dass sie tagsüber mit den Augenpaar sehen und abends halt diesen Nachtsensor haben Also A, sag es No pressure, okay Okay, wir nehmen A Was? Nein, ist okay, das war richtig Ich hab keine Ahnung, aber ich weiß, das war zu gemein Okay, wir nehmen A Spinnen haben meist vier Augenpaare und das aus gutem Grund Das vordere, mittige Augenpaar dient als Kompass, um ihre Position relativ zu ihrem Bau zu berechnen Richtungsänderungen und das Errechnen von optischen Entfernungen nehmen die Spinnen über ihre vorderen, seitlichen Augen vor Die oberen Augen, um sexuelle Reize zu entdecken Die Augenpaare der Taranteln erfüllen also unterschiedliche Aufgaben bei der Orientierung Andro, da ist die Richtige Und wir haben folgenden Zwischenstand Die Kategorie, aus der die heutige Masterfrage kommt, ist Musik 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 So, ich bitte euch jetzt zu setzen Das ist immer die Gefahr So, auch für unsere App-Mitspieler Es gibt ja auch eine App zu unserer Sendung, die ARD-Quiz-App Da kann man ja bereits sowas mitspielen Ich bin jetzt natürlich gespannt, weil für die drei, die dann heute gewonnen haben, geht es ja jetzt auch darum Wie viel haben sie gewonnen? Haben sie überhaupt was gewonnen? Das müssen wir alles noch klären So, Bernhard und Valentina haben gesetzt, Elton und Cheyenne haben gesetzt Und damit kommen wir jetzt zur heutigen Masterfrage Brian, Brian und Andy sind die Vornamen von Gründungsmitgliedungen welcher Band? A. Genesis, B. Roxy Music oder C. Bee Gees 20 Sekunden, ab jetzt So, schauen wir doch mal, was unsere beiden Teams gesetzt haben Elton und Cheyenne haben von den 1500 Euro, die sie erspielt haben, gesetzt Alles Bernhard und Valentina haben von ihren 2000 Euro gesetzt 999 Und ihr habt euch für welche Antworten entschieden? Und ich muss ja sagen, wenn der Elton für eins steht, dann ist es für Bands Oh, ja, jetzt, ja, schön Ja Schön, immer Schön geschienen, meinten Das ist keine Geografie Ja, das ist doch dein Steckenfeld Ja, 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 ich war mir auch am Anfang sicher, aber jetzt Elton und Cheyenne haben sich entschieden für Elton Die Bee Gees Bernhard Ich bin mir da nicht mehr so sicher, wartet ab Bernhard Und Valentina haben sich entschieden für Dass die Leute, man kann es nicht ausmachen Ja Das ist aber richtig Nein, warte, warte Das tut nicht leid, oder? Also, Genesis ist nicht Das ist Phil Collins, Peter Gabriel, äh, äh, Ruther Paul Rutherford, bla 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 Die sind das nicht Da gibt es auf jeden Fall Brian und Andy Ich hab mit, es waren am Anfang vier, aber bei Roxy Music waren das Brian Ferry, Brian Eno und Andy, weiß ich nicht, wenn nicht sogar Andy Warhol Deswegen bin ich auf einmal doch stark für B Aber ist zu spät 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 Die Bee Gees sind, also Genesis ist es nicht, da sind wir uns einig, die Bee Gees, das sind Robin Gibb, Barry Gibb und Maurice Gibb Achso, wie hießen die? Ja Und Brian Eno, Brian Ferry und Andy McKay Oder so, ja Das sind Scheiße! Roxy Music! Scheiße! Scheiße! Und David Damit Gewinnen Valentina und Werner Und Gewinnen 2.999 Euro Für jeden von euch Jeder von euch bekommt 48,37 Euro Oh Mann Herzlichen Glückwunsch! Oh 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 euch beiden heute entscheidet gute zeit die schlechte zeiten das rennen für sich herzlichen glückwunsch unseren mitspielern auch ihr gewinnt 48 euro 37 danke fürs zuschauen wir sehen uns ja zur nächsten folge danke und einen schönen abend viel spaß noch hier im ersten tschüss